ARD Text im Auftrag von Funk Wisst euch, Alter Was ist das? Was ist das für ein Schad? Das ist auf Koks Das muss getötet werden Koks ist schlecht, Kinder Tyrox, komm, setz dich, wir sehen was du für Dinger hast 45 plus Minus 64 Äh, was war das? Jetzt haben wir was Irgendwas ganz oben Äh Äh Wie ganz oben Also hier ist... Ja, das, das war das Äh, okay I hear you like cubes So I put some chance cubes in your chance cubes Was? Cool, ich hab nen chance cube in nem chance cube Ja, viel spaß damit Werde ich haben Oh, nen Diamantflok Oh no, oh no, oh no, kannst aber nicht abbauen Oh nein Oh nein, oh nein, Leute Hat jemand Holz? Gar nicht gut, die sind kompressed, die sind noch mehr kompressed, oh nein Oh nein Aua Stirb Oh, bisst euch Mann Das sieht halt aus Och, Cherry Och, Cherry Oh, ah, uh Uh, nein, was? Cherry, Cherry, Cherry Cherry, Lady Xp Xp, okay, cool Ey, Maven Willst du den Diablock hier abbauen? Nein Will ich nicht Der Schaf ist hier erst auf Koch, wieder Hä? Ich hätte gedacht, dass du jetzt gestorben Ew, it's rotten Was ist rotten, hä? Achso, was ist das? NAH Verdammt Ich Äh, vor allem Ich Ich Steh hier Gucke Melvin zu Ob Amazon Endchrist Und da kommt ein Pfeil angeflogen Ist das geil Ich hab Winston Jetzt machen die Chuckles Ich hab, äh, was? Ich hab Clappington In Dubai Ich will meine Sachen Habe ich So Ich will Ich will Äh Äh Was hat denn der für Maven, lass dich mal von dem Mini-Ding dort hitten Ne Der macht keinen Schaden Maven Der bockt sich weg, aber übelst weit Ja, wen meinst du? Den kleinen Chaco Deonidas Ups Ah Hallo Chaco Oh, Alter Ich wollte den Stick haben Warum hab ich keine Eier mehr? Guck mal, da ist Clappington Ich hab's auf jeden Fall nicht Äh Ey, Melvin, hier ist du gegen Was? Clappington Hier hinten Hinter dir Nicht da Clappington Nein Das war entscheidend Oh, ich hasse dich Aha Bo championship Was? Ähm Giant Barbe Ich will nicht mal so oft sterben und weh, ich bekomme meine Sachen nicht mehr. Ich bin überhaupt gestorben, ich finde mein Grab nicht mehr. Ach, da oben. Das Heckel. Heckel ist in der Nähe. Du Arsch, mach das weg. Was ist das? Giga Breaker. Ganz ehrlich, ich hitte das Teil nicht. Ich hab nur noch ein halbes Herz. Was ist das denn? Golden Egg. Schade. Ich kann halt das nur abwarten, wenn Ike nicht da ist. Achso, du kannst es machen, ich sneak beim Fliegen. Okay. Jaaaa. Okay, ich hoffe ich hab alles. Dann bin ich auch nicht sicher. Doch, musst du. Hey, komm mal her. Nein, ich will nicht getötet werden. Geh weg. Ich will nicht noch mal sterben. Nicht noch einmal. Ja. Achso, im Übrigen, das Vieh fliegt sich hier immer noch rum, ne? Nur mal so zu. Ey, ich hab dein Magnet. Ja, hallo. Ich brauch O-Platz zum abbauen. Ich hol mir ein paar Eier, ne? Warum hast du keine mehr? Nicht mehr. Schon wieder fucking Wolle gekriegt, ernsthaft? Ich hab Glenn bekommen. Glenn? Wer ist Glenn? Hä? Hä? Oh nein, oh nein. Hä? Wieso hat das jetzt Explosionsschaden gemacht? Hä? Oh, lol. Man bekommt halt wirklich, äh, ein Item, wenn man das richtig hat. Äh, Tyrox? Hä? Es ist bei dir schon des öfteren jetzt mal TNT rausgekommen? Ja. Hat das Explosionsschaden gemacht? Nö, nur die Creeper. Hä, bei mir haben die Creeper keinen Explosionsschaden gemacht? Der macht aber das TNT, was hier gerade in die Luft geflogen ist. Obwohl, doch. Ich glaube, einmal hatte ich... Hhhhh! Scheiße! Double Rainbow! Was zur Hölle? Double Rainbow! Ey, es lebt so hart. Warum? Ey! Ich hab Marlin. Alter! Ja, das sind gute Ärzte. Ähm. Ja. Glückhaft. Glückhaft. Oh, jetzt bin ich. Halbes Herz. Äh. Mal so hier machen. Ist einfach alles zugemild. Warum RIP XP? Oh, ich hab keine XP mehr. Äh, ich hab nur noch. Ich kann... Darf ich mal was versuchen, Darrox? Äh. Das war... Dass der Bogen einmalig war, also... Hä, was ist das da hinten? Bacon Donut. Hahaha. 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 Tschüss, Leute. Ja. Ne, das ist nicht dein Ernst. Jetzt fliegt es hier schon ins Welt herum. Das wird einfach schnell. Ey. Ey, das ist doch nicht mal normal. Ich hab einen Baconator. Hahaha. Das ist der Hölle. Dammit. Walla. Walla? Was? Was? Did you know? Was? Did you know? Ne, hier wird nichts abgebaut. Ja, ich konnte eh nicht spawnen. Ja, das dauert dann, weil hier zu viele Sachen rumlaufen, wortwörtlich. Hm. Keine Ahnung, was das grad war. Oh, XP. Time to freeze. Oh, Spawn-Eye. Alter, was? Was bekomme ich? Oh. Was? Dann viele Creeper. Dann töte sie doch. Hab ich. Ich bin tot. Great Folk? Nein. Warte ich ganz sicherlich nicht. Das Problem ist, meine Sachen sind jetzt in Spikes. Äh, warte. Oh lol, mit dem halben Herz überlebt. Boah, wo sind... Ach, warte. Warte, warte, warte. Geh weg. So, bitteschön. Ohm. Hey, ich habe ja noch Marlin. Was? Was? Ich muss Marlin essen. Marlin? Ach, von Nemo. Warte. Oh nein, der Villager. Das ist kein Villager. Oh! Nein, nicht Marlin, der Villager, sondern Villager. Warte. Ein Buch. Was steht da drin? Did you know? Did you know? Did you know? Today is the cost of the day? Ah, ist ich noch gar nicht. Was? Wenn ich es gut anstelle, dann bekomme ich hier... Oh Gott. Au. Oh, das hat wieder Flächen schon gemacht. Ich hasse das dreckige Bastardvieh. Was ist denn das hier? Sheephead. Ich hab'n Marlin. Warum? Was willst du mit dem? Oh Gott, das mit Entschuldigung. Ähm. Ich hab'n Notch-Apfel. Was willst du damit? Pfff. 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 Oh. Is wieder das komische Vieh. Oh, Badrock. Cool. Was zur Hölle ist das? Mhf-Bohlem? Ähh. Oh. Ich muss nochmal kurz. Spitzig! Ey, ernsthaft. Ich werd dauerhaft von diesem eh dreckigen, hessischen Mistvieh angegriffen. Ich bin kurz weg. Ja. Okay. Scheiße. Das ist mein Schwert. So. Jetzt kann mich das zu kreuzweise... Ja. Ich hab nen Lootback mit... ... und Stuhlensacken. ... und Stuhlensacken. Ich seh den Chester... ... und Stuhlensacken. Oh, ey. So. So. Cats and Cats. Nochmal? Oh, das sind keine Cats and Dogs. Was denn dann? Silberfische. Bin wieder gleich tot. Drum, was machst du? Keine Ahnung, wie Silberfische kaufen wir. Dann töte sie doch endlich mal. Hier, Melvin, guck mal. Ich hab schon wieder Glen. Ja? Wir helfen uns einfach wunderschön. Was denn? Glen. Oh, Glen. Oh. Wunderschönes Stück Scheiße. Ja. Ja. Äh. Ich hab mich etwas unterdrückt. Ich hab mich etwas unterdrückt. Ich hab mich etwas unterdrückt, Melvin. Wie unter... Ach so. Äh. 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 Ich hab die Hexe. Oh. Scheiße. Oh well. Ich bin... auf. Ich sterb gleich. Alter. Lauf. 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 Alter, was ist das? Hey. Oh. Oh, meine Rüstung ist, glaub ich, kaputt. Der hat nur noch 8 und 2 Schaden aus. Das war etwas. Äh. Ja. Was war das? Boom. Oh. Ähm. Alter, ich... Bei mir lagts nur noch. Weil hier einfach zu viel los ist. Ja, ich bin tot. was im Rollergecknach, ne. Mike naarצ' zack're zack's... olut. Heeeh. Es ist erlich. Nee, du kannst die beiden nicht scheißen. Äh. Ja? Was ist denn? Hat jemand... Naja... ...Blocke zum Hochbauen. Wie hochbauen? Ich bin in der Luft gestorben. Würde mir zu denken geben. Mann! Ach man, das ist mehr. Wo in der Luft? Paroxx, wo in der Luft? Äh, ich hab's gleich. Keine Sorgen. Ah! Ah! Oh! Oh! So, dann bin ich gestorben. Hier bin ich gestorben. Geht das? Ich muss ja alles reinfahren. Geh, geh. Ah, hier ist HeroBine! Hilfe! Das war nicht der Normale! Ich hab's geblieben! Ich hab's geblieben! Ich hab's geblieben! Ehh! Tyrox! Ehh! Ehh! Deine Sachen liegen unten! Hä, was war das denn fürn Sound eben? Ehh! 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 Danke! Tyrox! Du hast deine Sachen? Alles, was du hattest? Warte! Also meine Rüstung hab ich schon mal. Und dein Schwert hast du auch. Mein Dings hab ich. Ich hab jetzt alles rausgehauen, was ich vermute, was nicht mir gehört. Jetzt fehlen nur noch die Chance Peaks. Wie viele waren das? Ich glaub 17 oder so. Da hast du 24. Ich hab noch ein ganzes Deck. Jo. Das kann sein. So. Wow. Boah. Das ist der verkackte Hexter, ey. Ernsthaft. Oh. OP hast du. Mal's. Was? Nur ein? Ich hab mehr als genug in meinem ME. Ich war ja auch zwei Wochen nicht da, ey. Ja und? Ja und? Ist jetzt kein Grund rumzuholen. Hahaha. Ich geh wieder mit Black Dragon Online spielen. Ah nein! Ah! Nein! Ich sterb wieder! Nein! Warum? Hör auf zu sterben. Hör auf zu sterben. Hier sind alle meine drei Hübser unterwegs. Ey, CO2, wenn der hier online kommt, der hat seinen Spaß mit Nether Stars fahren. Oh. Ist die genau unter mir oder über mir? Ah! Meine Fresse. Oh. Oh, ich hab Fackeln. Alk, ich hab Fackeln. Schön. Schön. Oh, wie schön. Ich hab ein Enchantmentable. Oh, ich hab kein... Äh. Guck mal zu deinem bunten Donut. Bunten Donut? Das ist kein Donut. Das ist... Da ist gleich noch ein Zwitter gespawnt. Das ist ein Regenbogen. Hör auf! Der soll weiterleben. Der ist wunderschön. Da unten ist Lava gespawnt, aber auf deinem Regenbogen ist nochmal einer gespawnt. Ja, ich weiß. Oh. Äh. Oh. Äh. Nein! Finger weg, das sind meine. Da brauchst du gar nicht so drauf schielen. Die 3, 2, 1. Ne, die kannst du nur eins entöffnen. Sind die alles 100%? Nein. Der hier ist zum Beispiel noch. 33. 67. Oh. Spawn Eier. Minus 12. Und der hat einen kaputt gemacht. 5. 2. 2. Und minus 2. Boah, ernsthaft. Ich hasse... I hate my life. Nein, kein... Den einen, der dort ist, darfst du gerne öffnen, wenn du die Hexen dort dauernd kriegst. Ah. Oh. Pick off Destiny. Ich muss aber erst einmal schnell zurückkehren. Musik. Iwan. 1. Iwan. 1. 1. 2. 1. 3. 7.